Moin Leute, hier ist Tim und in der dritten Episode von Augen auf beim Hardwarekauf wollen wir uns mit der Kombination von CPU, GPU und VRAM Größe beschäftigen. Wie sollte man also diese drei Faktoren in seinem Gaming-PC kombinieren, um das Optimum an Performance rauszuholen, aber auch nicht zu viel Geld dabei auszugeben. Dafür wollen wir uns gleich einmal anschauen, was CPU, GPU und VRAM überhaupt alles genau machen beim Gaming, also bei der Berechnung eines Spiels und welche Auswirkungen das dann auf unsere Kaufentscheidung hat. Am Ende des Videos werde ich auch ein paar Beispiele nennen von guten Kombinationen für gewisse Voraussetzungen von CPU, GPU und VRAM. CDK Deals ist nicht nur die Anlaufstelle für günstige Game Keys, sondern auch für originale Windows 10 und 11 Keys. Im Black Friday Sale kannst du außerdem nochmal extra sparen, bis einschließlich 31. Dezember bietet dir mein exklusiver Code GHD20 ganze 35% Rabatt auf deinen Einkauf. Ab dem 1. Januar dann nur noch 25%. Damit kostet dich ein Windows 10 Pro Key weniger als 12 Euro und mit dem lässt sich sogar auch Windows 11 aktivieren oder ganz normal darauf upgraden. Auch Office bekommst du mit dem Rabattcode besonders günstig. Sicher bezahlen kannst du mit Paypal und nach der Bezahlung solltest du innerhalb von 5 Minuten Zugriff auf deinen Windows Key über dein Benutzerkonto erhalten. Ich habe schon mehrfach Keys bei CDK Deals gekauft und diese ließen sich anschließend immer ohne Probleme in den Windows Einstellungen aktivieren. Links zu CDK Deals findest du in der Videobeschreibung. Wie kombiniere ich CPU, also den Prozessor, GPU, also die Grafikkarte und VRAM, also den verbauten Grafikspeicher, auf der Grafikkarte richtig? Grafikkarte und Menge des Grafikspeichers sind natürlich nicht frei kombinierbar. Das ist klar, das ist ja immer auf der Grafikkarte beides verbaut. Das können wir uns nicht aussuchen. Da gibt es aber trotzdem große und teilweise verwirrende Unterschiede. Beispielsweise haben eine RTX 3060 und eine RTX 3080 Ti beide gleich viel VRAM, beide nämlich 12 GB, sind aber unterschiedlich leistungsstark von der Rechenleistung. Und auf diese Unterschiede möchte ich einmal im Detail eingehen und, wie gesagt, erklären, wie man diese drei Komponenten oder drei Teile seines Gaming-PCs richtig kombiniert. Bevor wir uns darüber Gedanken machen können, müssen wir uns aber erst mal fragen, wer macht denn eigentlich was bei der Berechnung eines Spiels? Was macht die CPU, was macht die GPU und was macht der VRAM? Die CPU berechnet eigentlich alles, was benötigt wird, damit das Spiel überhaupt erst mal grundlegend funktioniert. Also dazu gehören die Physik, die AI, also beispielsweise irgendwie die Bots, die am Spiel auch teilnehmen, der Sound, alle Interaktionen, die in der Spielwelt irgendwie stattfinden und so weiter. Das ist eigentlich, muss man ehrlich sagen, fast alles, was man sich irgendwie so vorstellen kann, wenn man den Monitor mal außen vor lassen würde. Also wenn wir uns vorstellen, wir schalten den Monitor aus und wir sehen nichts, das Spiel läuft im Hintergrund trotzdem weiter und alles das, was da im Hintergrund läuft, das berechnet erst mal die CPU. Die GPU berechnet dann, wenn wir den Monitor einschalten, das, was auf dem Monitor angezeigt wird, also tatsächlich nur das Bild. Und das Bild berechnet sie auf Basis der Daten, die die CPU ihr zur Verfügung stellt. Der VRAM dann am Ende, der speichert alle Daten, die die GPU zum Berechnen des Bildes braucht, zwischen. Also die, ja, ganz einfach gesagt, tatsächlich alles, was die GPU zur Berechnung ihres Bildes braucht, muss im VRAM gespeichert werden. Das sind erst mal die drei Aufgaben dieser Komponenten. Unser aller Ziel ist es jetzt natürlich, möglichst viel FPS in unserem Spiel oder in allen unseren Spielen zu bekommen und das auch möglichst gleichmäßig, also möglichst gleichmäßig hohe FPS-Zahlen. Dazu tragen auch alle dieser drei Komponenten bei. Also alle sind tatsächlich wichtig für hohe und gleichmäßige FPS-Zahlen. Nun hört man aber immer wieder, und ich sage das auch in meinen Videos, je niedriger die Auflösung, desto wichtiger ist die CPU. Und in Full HD kann eine CPU schneller zum Flaschenhals, also zum Bottleneck werden, als in 4K. Und je höher die Auflösung, desto mehr VRAM benötigt man zum flüssigen Spielen. Also wir hören schon raus, die Auflösung ist irgendwie das Kernelement oder der Schlüssel, der uns am Ende sagt, wie wir diese drei Komponenten zu kombinieren haben. Denn die ist irgendwie immer wichtig und spielt immer eine Rolle. Allgemein gesagt, dreht sich also bei der Überlegung, wie man CPU, GPU und VRAM kombinieren sollte, alles um die Auflösung des Monitors. Also der Monitor, den man benutzt, legt fest, wie gut die CPU sein sollte, wie gut die GPU sein sollte und wie viel VRAM man benötigt. Warum bottleneckt eine CPU jetzt aber bei niedriger Auflösung und nicht bei hoher Auflösung? Man könnte ja sagen, die Rechenleistung, die man für einen 4K-Monitor benötigt, ist ja viel größer als die Rechenleistung bei einem Full HD-Bildschirm. Das merken wir ja auch, wenn wir Benchmarks machen, dass wir bei einem 4K-Bild weniger FPS haben als bei einem Full HD-Bild. Warum bottleneckt die CPU dann eher bei Full HD-Auflösung? Nun, wir haben ja schon gesagt, die CPU berechnet alles, was die Grafikkarte für ihre Berechnung des Bildes braucht. Also die CPU schafft die Grundlage, auf die die Grafikkarte zurückgreift, um ihr Bild zu berechnen. Jetzt brauchen natürlich sowohl CPU als auch GPU eine gewisse Zeit, um ihre Berechnungen anzustellen. Also die CPU braucht eine gewisse Zeit, um diese grundlegenden Funktionen des Spiels zu berechnen. Und die GPU braucht eine gewisse Zeit, um ein Bild zu berechnen. Der Aufwand für die CPU bleibt dabei immer gleich, egal in welcher Auflösung wir spielen. Denn wir hatten ja gesagt, ich kann theoretisch den Monitor ausschalten. Der spielt keine Rolle, den klammern wir aus. Alles im Hintergrund wird trotzdem weiter berechnet. Die Auflösung des Monitors ist dafür egal. Also der Aufwand der CPU bei der Berechnung der grundlegenden Funktion des Spiels ist immer gleich. Der Aufwand für die GPU variiert aber, je nachdem, in welcher Auflösung wir spielen. Wenn wir einen 4K-Monitor haben, muss die GPU viermal so viele Pixel berechnen, wie wenn wir auf einem Full-HD-Monitor spielen. Dementsprechend braucht die GPU also zur Berechnung eines 4K-Bildes länger als für die Berechnung eines Full-HD-Bildes. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel den Full-HD-Monitor. Also die GPU braucht nicht so viel Zeit zur Berechnung ihres Bildes. Da kann es dann nun passieren, dass die GPU mit der Berechnung ihres Bildes schneller ist, als die CPU die notwendigen Daten für das nächste Bild danach zur Verfügung stellen kann. Das heißt, die GPU muss kurz warten, bis sie das nächste Bild berechnen kann. Das ist dann der CPU-Bottleneck, von dem man dann so gerne spricht. Die GPU ist so schnell mit der Berechnung der Bilder, dass die CPU einfach nicht hinterherkommt und die GPU dann warten muss. Die GPU kann dann beispielsweise nur 60 Bilder pro Sekunde berechnen, obwohl sie eigentlich in der Lage wäre, zum Beispiel 90 Bilder pro Sekunde zu berechnen, wenn die CPU ihre Berechnung schnell genug fertig hätte. Das bedeutet als Fazit für unseren Hardwarekauf, wer in niedrigen Auflösungen hohe FPS-Zahlen erreichen will, zum Beispiel 120 FPS oder mehr, braucht eine gute Grafikkarte, weil wir ja viel FPS haben möchten. Das heißt, die Grafikkarte muss schnell fertig sein mit ihren Berechnungen. Aber auch eine sehr gute CPU, denn die CPU muss es der Grafikkarte ermöglichen können, so schnell rechnen zu dürfen, so viele Bilder pro Sekunde berechnen zu können. Denn dementsprechend muss auch die CPU mit ihren Berechnungen sehr schnell sein. Wer in niedrigen Auflösungen normale FPS-Zahlen nur erreichen will, sagen wir mal 60 bis 120 FPS, braucht eine Mittelklasse Grafikkarte, denn wir müssen nicht so viele Bilder pro Sekunde berechnen, aber auch eine Mittelklasse CPU. Die CPU darf sich also etwas mehr Zeit lassen, weil die Grafikkarte auch nicht so viele Bilder pro Sekunde berechnen soll. Wer in sehr hohen Auflösungen, also beispielsweise 4K, hohe FPS-Zahlen erreichen will, 120 FPS oder mehr, braucht eine sehr gute Grafikkarte, denn die Grafikkarte muss einerseits viel FPS schaffen, andererseits aber auch 4K-Bilder berechnen, die eine sehr hohe Rechenleistung erfordern. Gleichzeitig muss aber auch die CPU sehr gut sein, denn sie muss auch schnell genug mit ihren Berechnungen sein, damit die Grafikkarte auch so hohe FPS-Zahlen dann anschließend berechnen kann. Wer in sehr hohen Auflösungen normale FPS-Zahlen erreichen will, 60 bis 120, braucht eine gute Grafikkarte immer noch, denn wir haben immer noch die großen 4K-Bilder beispielsweise. Dazu dann aber eigentlich nur eine Mittelklasse-CPU, denn die FPS-Zahlen sind nicht so hoch, das heißt, die CPU darf sich auch ruhig etwas mehr Zeit bei der Berechnung ihrer Daten lassen. Bevor ich jetzt zu konkreten Beispielen, konkreten Hardware-Beispielen, Grafikkarten und CPUs komme, möchte ich jetzt aber noch den VRAM ins Spiel kommen. Wie hat der jetzt bei dieser ganzen Geschichte noch Einfluss und was hat der damit noch zu tun? Wir haben ja schon gesagt, der VRAM speichert alles zwischen, was die GPU zur Berechnung eines Bildes benötigt. Dabei gilt, je höher die Auflösung, desto mehr VRAM braucht man. Das liegt daran, dass sowohl die Bilder größer sind, die man berechnet. Ein 4K-Bild, 3840x2160, hat viermal so viele Pixel wie ein Full-HD-Bild, also braucht dieses große 4K-Bild auch mehr Speicherplatz als ein Full-HD-Bild, ist ganz klar. Aber auch andere Daten, zum Beispiel Texturen, können größer sein. Auch das macht Sinn, denn wenn wir in 4K spielen und große 4K-Bilder berechnen, brauche ich oder wäre es sinnvoll, auch eine höher aufgelöste Textur zu verwenden, da mein 4K-Monitor ja mehr Details darstellen kann als mein niedrig aufgelöster Full-HD-Monitor. Deswegen kann es sein, dass Spiele, wenn ich in einer 4K-Auflösung spiele, höhere Texturen lädt oder höhere Texturen verwenden möchte, als wenn ich in Full-HD spiele. Und diese höheren Texturen brauchen auch mehr Speicherplatz, sodass der VRAM der Grafikkarte möglichst groß sein sollte, damit auch diese ganzen Texturen zum Beispiel dort auch reinpassen. Hier verhält es sich jetzt aber in der Praxis folgendermaßen. Ist mein VRAM-Speicher grundsätzlich groß genug, dass alle Daten, die die GPU zur Berechnung ihrer Bilder braucht, reinpassen, dann ist grundsätzlich erstmal alles gut. Also beispielsweise, ich habe 8 GB VRAM zur Verfügung und ich brauche aber nur 7 GB für die Berechnung meiner Bilder. Also die Grafikkarte braucht eigentlich nur 7 GB. Dann kann ich von der vollen Leistung der GPU profitieren, denn alle Daten, die sie zur Berechnung ihrer Bilder braucht, die 7 GB, stehen in dem 8 GB großen VRAM-Speicher zur Verfügung. Da bringt es dann auch nichts, 12 GB oder 24 GB VRAM oder so zu haben, denn da passen trotzdem diese 7 GB rein und auf die kann die GPU dann zugreifen. Problematisch wird es, wenn die GPU zu wenig VRAM bereitgestellt bekommt. Also wenn wir eine GPU mit 6 GB VRAM kombiniert haben und mein Spiel braucht immer noch 7 GB zur, ja oder die GPU bräuchte eigentlich 7 GB Daten, um ihre Bilder zu berechnen, dann fehlt da halt 1 GB und das kann dann zu FPS-Einbußen führen, weil entweder muss aus dem Arbeitsspeicher, dem RAM, der deutlich langsamer ist als der VRAM auf der Grafikkarte, Daten geladen werden, nämlich diese 1 GB, die dem VRAM fehlen. Das führt dann dazu, dass die GPU kurz warten muss, bis aus diesem langsameren Arbeitsspeicher die restlichen Daten reingeladen wurden und kann erst dann ihr Bild berechnen. Oder die GPU arbeitet einfach nur mit den 6 GB, die ihr zur Verfügung stellt und dann fehlen einfach ein paar Informationen in dem Bild. Beispielsweise Objekte, die dann erst später nachgeladen werden können, also diese aufploppenden Objekte, die man in manchen Spielen kennt, die können auch an zu wenig VRAM liegen. Also in dem Fall als Fazit zum VRAM, solange der GPU genügend VRAM zur Verfügung gestellt wird, dass sie ihre Bilder ordnungsgemäß berechnen kann, ist alles gut. Wenn sie zu wenig VRAM zur Verfügung gestellt bekommt, dann haben wir ein Problem und das kann zu FPS-Einbußen führen, da die GPU dann wieder einen Moment warten muss, bis sie ihr Bild berechnen kann. Das heißt, als Fazit zu unserem Hardwarekauf, wer in sehr hohen Auflösungen spielt, braucht viel VRAM und wer in niedrigen Auflösungen spielt, braucht eher wenig VRAM. Das bedeutet, für unsere Faustregelung von gerade fügen wir nun Folgendes hinzu und ich gebe am Ende auch ein Beispiel für Grafikkarten und CPUs, die man dann kombinieren könnte. Bei einer niedrigen Auflösung, also zum Beispiel Full-HD und hohen FPS, 120 FPS oder mehr, braucht man eine gute Grafikkarte, die aber auch wenig VRAM haben darf, da wir ja nicht so eine hohe Auflösung haben und eine sehr gute CPU wegen der hohen FPS-Zahlen. Beispiel eine RTX 3070 mit 8 GB, ein i7-12700KF, eine sehr gute CPU und als Beispiel wäre aber auch eine RX 6700 XT mit 12 GB VRAM möglich, wäre nice to have, aber brauchen wir nicht unbedingt, denn aufgrund der niedrigen Auflösungen würden auch die 8 GB der RTX 3070 reichen. Zweites Beispiel, eine niedrige Auflösung, wieder Full-HD zum Beispiel und normale FPS-Zahlen, 60 bis 120, brauchen wir eine Mittelklasse Grafikkarte, die auch wieder wenig VRAM haben darf und eine Mittelklasse CPU, da wir auch nicht so hohe FPS-Zahlen haben. Eine RX 6600 XT mit 8 GB VRAM kommt da zum Beispiel in Frage, in Verbindung mit einem i5-11400F. Auch eine RTX 3060 mit 12 GB wäre aber auch denkbar, das wäre wieder 4 GB Grafikspeicher mehr, nice to have, aber brauchen wir nicht unbedingt, die 8 GB von der RX 6600 XT reichen auch aus. Durch den größeren VRAM-Speicher hätten wir hier keinen Vorteil. Hat man eine sehr hohe Auflösung und hohe FPS, wieder 120 FPS oder mehr, sehr hohe Auflösung, sagen wir mal 4K, dann braucht man auch eine sehr gute Grafikkarte, aber mit viel VRAM und auch eine sehr gute CPU. Also beispielsweise eine RTX 3080 Ti mit 12 GB und wieder den i7-12700KF. Eine RTX 3060 mit 12 GB VRAM würde aber nicht in Frage kommen, da hier die GPU einfach viel zu leistungsschwach ist. Der VRAM ist zwar gleich groß wie bei der 3080 Ti, aber die Rechenleistung einer 3080 Ti ist viel höher. Mit der RTX 3060 würden wir nicht diese hohen FPS-Zahlen erreichen. Spielt man in einer sehr hohen Auflösung, also 4K, und möchte normale FPS-Werte erreichen, 60 bis 120, braucht man eine gute Grafikkarte mit viel VRAM immer noch, weil wir immer noch die 4K-Auflösung haben. Es würde aber tatsächlich auch eine Mittelklasse-CPU reichen, da wir nicht so hohe FPS-Zahlen erreichen wollen. Als Beispiel eine RX 6800XT mit 16 GB VRAM, sehr gut geeignet für die hohe Auflösung. Und für die normalen FPS-Werte würde theoretisch ein i5-11400F reichen. In der Praxis wird das wahrscheinlich kaum jemand so kombinieren, aber ein i5-11400F würde hier tatsächlich in Frage kommen, da wir halt nicht so hohe FPS-Zahlen haben wollen. Und würde man den ersetzen mit einem i7-12700KF, würde man tatsächlich keinen signifikanten Leistungsunterschied merken. Tatsächlich, wer auf einem 4K-Monitor spielt und sich auch schon so eine gute Grafikkarte wie eine RX 6800XT holt, wird sich wahrscheinlich auch eine etwas bessere CPU holen, vielleicht eine i5-12600KF oder ein Ryzen 5 5600X oder sowas. Aber tatsächlich wäre aufgrund der niedrigen FPS-Zahlen, die man nur erreichen will, hier auch so ein Mittelklasse i5-11400F denkbar. Wenn ihr noch weitere Fragen oder Anmerkungen zu diesem Video habt, zu der Kombination von CPU, GPU und VRAM, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte und dass vielleicht einige Fragen bei euch so schon geklärt wurden. Und damit bin ich dann raus. Das war es von mir. Haut rein!